Darmadausrüstung, ist mir auch wüscht. Ich bin ja angelogen, weißt du? Hab ich gefreut auf eine neue Map. Und da will er dann auch noch unsere Rausrüstung, gell? Ich glaube, ich hab immer noch das Meister drinnen aktuell. Bin ich ja nicht die Kauretas, oder? Wenn ich mal alles rausnehme, schau, dass alles weg ist dann, oder? Gibt's nicht eine Klopfe, ich bin die Kauretas, oder? Ja. So Leute, apropos Xindl, hallo und herzlich willkommen bei uns drei Xindln. Das ist nicht schlau, dann. Schaut das an, oder? Was jetzt alles weg ist, oder? Die Lobby ist einfach leer, wenn ich als euer Gönner nix spende. War Blutscheißen, gell? War ich schon. Gönnen können. Gönnen können. Schaut da, ja, Gönner wie voll das jetzt ist, die Lobby. Also, seitdem wir Division 6 ist, ist es abgehoben. Sertig, achso. Und ich hebe ab. Ich hebe abgehoben. Ich hebe abgehoben. ich hebe abgehoben, wie das Wasserduausschauung nachher. Ja... Der Raum ist mir aufgefallen, aber das noch nicht. Der hat jetzt auch neue Geräusche, ein bissl, glaub ich. Der Regen ist krasser. Nein, der ist schon immer krass. Das einzige, was für krass ist, in der Bus bin ich, Alter. Lieben wir. So, machen Sie ein Protokoll-Geist, dann kommen Sie den Geist während einer Jahre. Hinden Sie mit einem Katz. Wo schneiden Sie jetzt, da? Karen Sweeney. Sweeney, Alter. Sweeney dort. I got you. Ich hab's clauses. Hier, hier, hier. Wir sind hier aufsteigen. Alter? Ich hab' schon Zeit. Alter, du bist für einenrzymaß. Hm? Was machst du los? Die Tür geht nicht ganz auf. Ah, jetzt. Wie ist der bei der Schützer? Wie bei uns. Ich komme, ich bin attackiert. Bei uns sind es ein bisschen künftig. Knochen gefunden. Machst du ein Foto, Marshala? Habe ich ein Foto gemacht. Strom ist an. Was hast du denn eigentlich mal dran schon? Foto's range. Knochen. Und der Universum der Madness. Nein, der... Multiversum der Madness. Kack. Meier mein Name. Was? Was ist Kackfu? Ehe ich mit dir? Ja. Nein, gar nicht. Ich wusste nicht, dass ich Scheiße gesagt habe. Was hast du gesagt? Einmal im FIFA gegen mich gebrochen, Alter. Zwischen 6 aufgestiegen und... Jetzt bist du eigentlich, Alter. Ich brauche mal einen Gegner nochmal zu spielen. Wie ich danach im FIFA... Fussabdruck. Küche. Ich konzentriere mich auf den Fall einmal. Auf welchen Fall? Was ist hier passiert? Wie geht's? Weiter? Was weiter? Außer wolltest du gerade. Sorry. Weiter? Nein, kann wahrscheinlich nicht. Schau dir selber. Du Hurenkind! Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Karen Sweeney. Wo bist du? Shake your beanie. Super Name, Jäger. Jägerin, wenn schon. Naja. Jägerin, wenn du hast du hier. Ich bin hier. War gerade ein Klavier? War gerade? War gerade? Da steht ein Klavier wo? Ich glaub... Ich stand da. Ich weiß nicht. Ich will gar nicht, ob es gehört. Aber... Der Geisterschilder ist so langweilig wie Norbert seine Käsefüße. Ich hab was gefunden. Dein Penis? Norbert, mal zu dir. Auch Karten dieses Mal verwenden. Einmal. Okay. Ich werde dir da am Boden. Ich hab Gefriertemperatur. Wo? Und Gasdauern. Alles in der Küche. Nice. Alles in der Küche, okay. Komm, komm. Die Feuerwehr. Bist du hier? Was? Die Feuerwehr. Wir haben alle Beweise. Was macht er da? Weiter. Toilet? Ich konnte nicht fallen. Ah, mit G. Wollen wir nicht da auf Schaut machen? Ja, warte kurz. Wir gehen jetzt mal kurz alles abgeben und vorbereiten, dass wir halt safe sind, sozusagen. Freude. So, schauen wir mal. Beweise haben wir gesagt. Alles. Gefriertemperatur haben wir gesagt. Da ist der Box. Und was war das? Dritte? Bitte? Wenn der Geist bedroht wird, jagt der Geist weniger gerne. Das heißt, ich schimpf in der Hohenkunde oder wenn du mich angreifst, dann bringe ich dich um oder was? Und dann kann der mich nicht an oder was? Entschuldigt, was war das dritte jetzt? Was war das? Beweis. Gefriertemperatur haben wir gehabt. Gesagt, Geisterbox und? Oh, ab. Danke. Na gut, dann geben wir alles ab. Na, was muss ich denn abgeben? Also ich dachte, wir lassen unsere Sachen da, wenn wir draufgehen. Ist doch egal. Ich tue vorbereiten, dass wir ein Foto-Aparat mit haben und so weiter. Dass wir ein Foto vom Geist machen können. Foto-Aparat habe ich auch. Aber das ist gescheiter, wenn wir zwei haben. Drei haben. Na gut, Kinder, ich bin already. Sucht euch noch jetzt schon einen Spot, aber bevor wir das machen. Ich nehme den Spot hier, beim Vorzimmer. Weil der ist leer. Irgendwo war noch einer. Ja, klar, der da ist, da, wo du Alex ist. Da bin ich, in dem da. Okay, dann... Äh... Bin ich im Arsch. Mach einfach ein Zimmer, du kannst dich auch hinter eine Tür setzen, zum Beispiel. Hinter ein Zimmer. Wenn du dich hinter eine Tür setzt, Norbert, so dass die Tür... Schau, zum Beispiel so jetzt da. So. Wenn du dich, genau, wenn du, dann hast du gute Chancen, dass der Geist dich nicht sieht, wenn er reingeht ins Zimmer. Okay. So, dann hebe ich da hochkarten auf. Du hättest, wenn er reingeht, die Tür zu machen. Ja. Aber das macht er, geht er dann. Ja doch. Echt? Du hast uns wegen... Ich bin schon von der Seite, es macht. Norbert. Ich muss ja gar nicht den nehmen. Weil du was in der Hand hast vielleicht. Schon mal daran gedacht. Ich hab nur zwei Sachen mit... ... ... Trotzdem hast du was in der Hand. Okay. Bereit? Dann aber... Warte, geh Richtung Küche, so dass wir Fotos machen können. Da ist in dem Bereich. Nein, nicht so weit. Das niedrige musst du nicht gehen. Geht schon. Lies immer vor, was du da hörst. Der Entirement oder so war da und ist verbrannt. Okay. Ja, die werden alle verbrennen. Mach weiter. Zieh. Der Sun. Okay, jetzt hast du... The Pool. Ich bin der Liebe. Was? Dein Sommerurlaub. Das sind jetzt das Beste. The World of Fortune. Eure Jagd, du Scheißgeist. The Tower. Wenn er Death hat oder so ist er ein Jagd, dann müssen wir sofort gehen. The Pool. The World of Fortune. Oder wie viel gibt's da? The Tower. Oh, der Jagd, du Scheißer. Okay, hat sich nichts dran. Keine Karten mehr. Oh, Alter. Oh, ja. Denk, nehmen wir das niemals in die Hand. Oh, der Jagd. Du Scheißgeist, du, Alter, du Sweeney-Tot. Du Bitch, du Kleine. Komm und hol mich, Alter. Oh, ja. Tschau. Er jagt nicht, er jagt nicht. Ich bin immer nicht so sicher. Ja. Ich hab ein Foto vom Geist gemacht. Er jagt nicht, ich stehe bei der Tür. Das hab ich schon einmal gehört, er jagt nicht. Er jagt, aber... Aber er hat wirklich nicht gejagt, weil dieses Mal hab ich gesehen, dass die Tür offen ist. Ja, ganz roter Hammer. Aber wir müssen noch eine Jagd überleben, auch. Genau. Und mit einem Kruzifix, das Hach, ihn geschaffen. Das heißt, alle nochmal reingehen, Kinder. Jawohl. Henn mich nicht, Kind. Okay, Arschloch. Alter, ich werde jetzt so eine Wand spielen, dass ich das mache. Warte, hälst du? Ja. Ja, ich komm schon, Schatz. Der Alaba wird da alles reindrücken, was noch geht, oder? Geht schon? Also, ich dachte, du kommst mit dem Rambo. Danke. Lost. Sweeney, Bitchy. Sweeney, Bitchy. Bitchy, Sweeney. Wo bist du, Sweeney, Bitchy? Alter. Alter. Tür zu Süd, ey, der. Papaparazzi. Eigentlich können wir uns zu zweiter reinstellen. Geht's zu dritt auch? Geht's zu dritt auch? Ich glaube, es geht zu dritt auch. Wie wäre das so ein Spiel, bis wir drauf gehen? Alles hat sich komplett versteckt. Das Gesindel. Ah, da ist er. Karin, Sweeney. Sweeney, Bini. Bitchy, Bitchy. Bitchy, Bitchy. Bitchy. Ich hab dich. Ich hab dich. Sweeney, Dini. Sweeney, Bini. Hey. Vielleicht den Mikro zu fix nicht. Nein, nein, das war... Wie du sonst rot leuchten, Norbert. Du bist so eine langweilige Bitch, Alter. Zeig dich jetzt einmal. Komm, Jag, Jag, hol mich! Hol mich, Alter! Komm und hol mich! Ich glaube, du musst dir die Lichter ausmachen. Oh, was macht der? Die Tür war ich. Das Auslöckste einer Flamme kann ein Ohrenrio zum Angeln fahren lassen. Ja, wenn du halt die Flamme ausmachst. Ich weiß nicht, ob das für Feuer oder für Lampen klingt. Bitchy, bitchy, komm her! Hallo! Er ist Alex, ich sehe gerade. Die haben beide ein schönes Foto vom Geist gemacht, aber die meint sich viel schöner, oder? Hallo, Geist! Dein Foto vom Geist ist einfach nur lächerlich. Komm und hol mich! Alter! Alter! Also hier schockt man das? Nein! Ich werde mir mal! Wer geht dem Arsch? Okay! Weil er nicht jagt? Ja! Schau, wer sich da draußen versteckt, Alter! Ich schau gerade, wie viele Säte die wir haben. Ja, urwenig, Norbert müssten... Müsste tot sein, oder wie? 68, 59. Norbert müsste tot sein, Alter! Ich habe keine noch genommen an ihm wegen an Geist Young. Ja, richtig. Aber wir waren zu viel im Licht unterwegs. Fang das Licht... Oh, kurz links ist schon los! Echt? Ja, dann nehme ich das Warten mit. Witschivitschititschie... Witschivitschie... Witschivitschie... Sagst du? Ich sehe nichts mehr. Norbert, geh schon in Richtung Verstecker, aber warte bis da... Oder du willst gleich sterben! Das ist auch ok. Ich schau mich mal ins Versteck, weil ich muss jetzt eh gute Nacht sein geben. Weil sonst erlebe ich das nicht mehr. Komm gleich wieder. Habts jetzt im Versteck? Ja, ja auch. Oh, bist du eigentlich draußen, du feige Sau? Oh, bist du draußen? Halt. Oh, er hat die Türskarte hinter dir. Ich hoffe, er hat die elektronischen Geräte ausgeschaltet und sonst ist er tot jetzt da. Wir haben keine Kamera drin hier. Ja, leider. Ich bereue sie grad ein bissl. Aber die Tür ist gerade umverpackt. Die Skatz hinter dir irgendwie, die dich gerade wegschlagen sozusagen optisch. Ich glaube, Moritz stirbt, Alex. Obst? Mhm. Nein. Nein. Obwohl, so lange wie der Geist schon jagt. Ja. Norbert ist tot. Aufgabe mal nicht geschafft. Ja. Na gut, gehen wir nochmal rein, oder? Ja. Aber er ist nicht vorn. Er steht noch vorn weg. Aber vielleicht ist das jetzt ein, weißt du eh, ein Anzeigefehler oder so. Doch, er ist tot. Er kommt zurück und dann ist er tot, oder? Ich verstecke mich dabei. Nur, ob es hätte mir vielleicht sagen sollen, dass es seine Lampe oder so abschalten soll, oder seine elektronischen Geräte, falls es in der Hand hat. Bei der Jagd oder dass er die Tür geflogen hat? Wie lieb, kann man das? Wie lieb, Fräule ist. Aber er jagt oder hat dich die Tür gemacht? Ja. Ich höre, was er jagt? Nein. Ah, nicht direkt so wirklich, oder? Hm? Was ist mit ihm, oder? Jetzt jagt er. Warte, jetzt bin ich noch rausgegangen. Ich werde gerade schauen, wie die Kamera gerade passiert. Ich glaube nicht. So, hat er schon gejagt? Was? Was musst du sagen? Was? Er hat kurz gejagt, glaube ich. Jagt der Geist noch? Das heißt, wir haben es überlebt jetzt, oder? Du hast es gar nicht überlebt, du bist tot, oder? Hä, du lebst? Ja, ja, also. Entkommen Sie den Geister an der Jagd? Warum wird die Aufgabe dann nicht erledigt? Keine Ahnung, Bruno. Vielleicht muss der Master. Vielleicht muss der Master. Vielleicht muss der Master. Ich stelle mich jetzt ran. Ich mag das gleich. Vielleicht müssen wir uns bewegen und nicht irgendwo... Das glaube ich gar nicht. Weil es gejagt. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt jagt er, glaube ich. Ja, ich komme nicht rein. Aber die Kamera ist der Arsch positioniert, oder? Hm. Ich mache nichts. 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 Ja, Alex macht das selber. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Was hast du denn gerade gegessen, Alex? Weil du so still bist. Ich erzähl mir mal, oder was ist denn dein Tag? Er ärgt noch immer. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Vielleicht müssen wir alle im Haus dann überleben. Okay, probieren wir es mal. Ich weiß nicht. Wir waren ja alle im Haus zuerst, oder? Nein. Es war immer einer draußen. Am ersten Mal warst du alleine. Am zweiten Mal waren du und ich drinnen. Am dritten Mal war Alex. Okay. Kleine Bitch. Also. Huh? Huh? Oh. Hello. Mary Lou. Hello darkness my old friend. Norbert stirbt. Wir wollen das jetzt auch machen. Wepiw. Wir wollen das. Das klären wir mal. Du hast auf die Funktaste gedrückt. Du bist selber schuld. Aber der ist doch die Tür. Die Tür kam. Der hat mich nicht zu meinem Ruhe. Er muss ja nicht. Aber du bist selber schuld. Du hast dich bekannt gegeben mit deinem Funken. Aber du bist selber schuld. Das schon Jetzt hast du die Strafe dafür gekriegt Na gut, warten wir noch mal Alex, bis er noch mal jagt Kehren tut man Von unten kommen wir Willst du vom Keller kommen? Kein Kind Garage ist er Kommt jetzt raus Dommelg ist im anderen Schrank Alter hat es jetzt nicht weitergemacht Oh ja Ich feiere einfach, mir ist doch scheiß egal Ich setze weiter solche Lappen und sind aber schuld, dass ihr tot seid, oder? Du wolltest testen Aber nicht wirklich gehört Ja, ich wollte es echt testen Er hat dich wohl gehört Habt ihr eingeloggt? Ja Ja Alter, versteck dich du Polis auch Na, weil ich jetzt auch tot bin, oder? Er ist wahrscheinlich auch schon draußen Na ich war versteckt Alex wollte mich verraten, oder? Erst Du hast rüberrennen müssen zu ihm Eben sich beide zu töten lassen, ist tatsächlich erlaubt Ein Mimik? Also irgendeiner von den drei Beweisen war falsch, Alex Die du gesagt hast Alter Alter Danke Alex Ich schwöre, aber da war ein Geister, wo sie gefriert haben Die gefrierte Imperator hab ich schon auch gesehen, ja? Die gefrierte Imperator hab ich schon auch gesehen, ja? Oh ja Da war sicher kein Geister Der Mimik kann ja... Kann der Mimik vielleicht seine Beweise... Nein, das glaub ich gar nicht, gell? Äh... Ach Hm Das Prison hat ganz neun... Das... Das Prison hat 29 Zimmer Wo der Teist sein kann Das ist nicht so dramatisch Das Asylum hat einfach 111, Alter Das Prison ist schon groß genug eigentlich Ja Die Schule hat 58 Die Schule leistet comes Die Schule auf ein 1500 14 14 14 15 Tarko 16 15 Vielen Dank. Aber krass wie die Ladezeit sich da verbessert hat jetzt. So, lassen Sie gleich zu Salzwandern, Räucherstäbchen, kurz fix. Trisha Knight, Tochter von Michael Knight. Nein, Tochter von der Dark Knight. Das war ich. Trisha Knight, bist du hier? Trisha Knight, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. In dieser Geisterbox musst du, glaube ich, eher so Fragen stellen, ob sie hier ist, wie alt ist, wie ein bisschen solche Sachen. Bist du hier? Bist du männlich? Bist du weiblich? Bist du Conchita? Der Knochen? Wie alt bist du? Bist du ein Fotoapparat, Alexander? Ich habe einen. Oben liegt der Knochen mitten im Gang. Du kannst doch kein Geistdoor abgesehen haben, wo das umgedrehen war. Aber Fingerabdrücke jetzt sein müssen bei Mimi. Trisha Knight. Bist du ein guter Geist? Sprich mit uns! Dein Mama ist ein guter Geist! Zwischerneid, sprich mit uns! Sprich mit uns! Entschuldigung, sprich mit dir selber, du Arschloch! Nö! Ich habe ein Quietscher-Brett gefunden! Zwischerneid, gib uns ein Zeichen! Bist du ein guter Geist? Was willst du? Seele! Schlitze! Wo ist das Quietscher-Board, oder? Wo ist das Quietscher-Board? In deiner Arschritze! Wo bist du? Da ist das Quietscher-Board übrigens! Na passt schon, wirklich! Ich habe es extra dahergelegt! Es reicht! Norbert, magst du es sehen und mag jemand mit Kamera machen? Du musst ein Foto machen, wenn ich es berühre! Ich muss gar nichts machen! Bist du der Alex? Oder bist du aus Norbert? Ich habe beide den gleichen Skinner! Ich habe beide den gleichen Skinner! Dann tust du den gleichen Skin! Wer ist jetzt wer? Wer ist jetzt wer? Wo bist du? Base? Basement? Basement? Was ist jetzt Basement? Basement ist Basen und Kammer, glaube ich! Oben oder unten? Bist du ein Kind? Bei mir funktioniert es nicht mehr! Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Bei mir funktioniert es nicht mehr! Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Wunderschön, das ist bei mir nicht mehr! Ich habe hier überlebt! Okay, also meine Sanity ist jetzt da im Arsch! Sie jagt! Oder? Naja, es ist hier doch nicht! Warum denn sie jagt, glaub ich? Wunderschön, sie jagt, glaube ich! Jetzt ist in der Marsch! Aber dann meine Mfreader hat sich Drossen angeschlagen! Ah, das ist ein Sing in der Kast. Oh, das Kichab hat sich kaputt gemacht, das habt ihr nochmal gefragt. Das ist nach dir kaputt gegangen irgendwie. Ah, ok. Ähm, sie jagt nicht mehr und, äh, was? Nobel ist drauf gestimmt. Achso. Und Basement ist der Keller, habe ich gerade nachgegoogelt. Ok. Also einen Kellergeist halten wir eigentlich noch nie. Zalten? Einen Kellergeist zalten. Ich nenne den Kellergeist Natascha. Kann man gleich drehen? Boah. Ich dachte, dass sie jagt, oder? Da wäre es vorbei gewesen jetzt. Geh runter, Norbert. Ja, oder? Geh runter. Ich bin unten. Gefriertemperatur habe ich. Boah. Ich dachte auch, dass es auskommt. Dann gibt es halt natürlich kein Versteck. Bist du ein guter Geist? Alex, ich seh dich denn mit dem Arsch. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Niki Bruch. Nehmt Sanity Pillen, Kinder. Gib uns ein Zeichen. Was? Drogen in Kamer. Willst du mit mir Drogen nehmen? Sejakt. Oder hat Alex zugemacht? Ja. Okay, Alex hat zugemacht. Ja. So, ich lasse jetzt einmal da, das bringt nichts. Oder ich. Ich. Das Buch hat schon, wer sehe ich? Dann. Das Problem ist halt nur, ich habe jetzt kein Salz mehr, weil ich habe das eigentlich überall verstreut noch nicht im Keller. Weil ich hatte, wir hatten glaube ich noch nie einen Kellergeist, oder? Pure asozial, wirklich. Wirklich verbraucht alles. Der Mann Mann. Du hast letztes Mal gesagt, er hebt sich immer was auf. Ja? Dass wir Notfalls was haben. Und jetzt. Ich habe nur Arbeit gespielt, ich habe es vergessen. Ich habe nur Arbeit gespielt. Ich habe nur Arbeit gespielt, ich habe es vergessen. Welche Stäbchen hat wir von euch genommen? Nö. Äh. Äh. Ja? Ja? Ich fühle mich viel besser. Ich fühle mich viel besser. Gut, ich habe es mit. Feuerzeug auch? Ja. Steuer das erste Mal, Norbert. Damit zünde ich jetzt deinen Hintern an. Oula, der geht auf meine Mutter los. Oula. Er ist wie irgendwo eine Gasleitung. er ist nicht jünger dass ich hab gesehen dort projektor ich glaube ich sehe einen ort aber ich möchte dass ich diesmal nicht bestätigen geistigeist wo bist du wo solltest du den absehen im raum unten hat es ja sagt ausreichen muss man sehen wenn sie vor allem ist es nutzt nichts dass man das jetzt hin hat jetzt schon wenn ich schaust mir den orb oben noch mal an weil ich irgendwie sehe ich keinen orb und ich wäre noch mf 5 er hatte nur mf 4 als sie durch die tür gemessen hat nur weil er eben gar ist aber das ist wirklich genau so war auch nicht klar das war das die taschenhandel von euch das kannst du dann ich habe auch nie einen gesehen wenn ich ehrlich bin ich glaube drinnen im raum woher da sind sie wieder in den linken regalen da fliegt er ja ich habe jetzt gesehen wollen wir noch den gasbrot sind das im guten fix hängen bleibt wie heißt er noch mal so gut kann man selber nachschauen ich würde das nicht unten in den gastraum machen aber das ist bis zu schnell und ich würde schon machen trisha night komm her trisha trish put 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 trisha 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 ich zünde den arsch an trisha trisha night trisha 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 alex ist ne feiges hau und man da überlebt vielleicht wie möglich ich glaube oben ist ausvergangen ich gehe kurz einschalten also es ist auf jeden fall möglich norbert der geist hat gerade gejagt oder da aber nicht her unten naja dann hat er den strom unten ausgeschalten so alle zwei oben hat er wahrscheinlich den strom ein und ausgeschalten der lustige lusten mal ich habe eingeschalten trisha 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 ok ist mit dir nicht der mecker da scheiße trisha 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 Ach so, du bist nicht der, ich dachte du bist der, der steht an der Familie, ich dachte, das bist du, Alter, aber das ist ja nicht, Alter. Oh, gut, das verstehe ich, Alex. Du denkst mir auch, ich probier das jetzt, Alter. Aber da, aber jetzt schaut halt die Hand draus. Wen interessiert das? Aber vielleicht tut der Geist wirklich nichts mehr, weil er hinter der Lampe sitzt da. Hinter der Lampe. Jetzt noch? Fakt. Alex, ich sehe dich nicht. Da hat er Lampe, da sieht's eine kleine Taschenlampe. Oh, eine Duschlampe zu Hause. Wo ist denn die Fernbedienung gemacht? Mach fernschauen. Trisha Knight, es ist so weit. Du wirst befreit. Ich sitz grad auf der Bank und schau fern. Trisha Knight, wo bist du? Trisha Knight, es ist so weit, du wirst befreit. Trisha Knight, es ist so weit, du wirst befreit. Ich sitz grad auf der Bank und schau fern. Trisha Knight, wo bist du? Es ist so weit. Schau fernschau. Ich sah an. Ich bin runtergegangen und provozieren. Nicht so wie ihr Puss ist da. Ja, und die habe ich versteckt. Ich wollte schon wissen, ob man hinter der Lampe ist. Dann bleib drin sitzen, Alex. Woher er da? Genau, hol sie. War sie bei mir? Nein, sie sind gerade oben umeinander. Hol den Violetten Goblin. Ich verstehe, wie lange war denn die Lochmann an da, oder? Er hat mich... Echt? Ja, stimmt. Gerade. Es ist einmal an mir vorbeigegangen. Oh, cool. Gutes Versteckwesen. Ja, war ein einfaches Versteckwesen. Es hat gereicht, dass sie mich nicht gesehen hat in dem Raum. Nein, ich meine, Alex, wo warst du? Also... Im Wohnzimmer hinterm Kasten, weil ich... Sie hat angefangen zu jagen, und ich verstehe, ich war dann plötzlich ohne Versteck. Ich dachte nicht, dass sie gleich wieder jagt, wenn ich reingehe, oder? Ich hab mich lassen. Da hinterm Kasten. Stimmt. Auch nice. Ja, gut. Eingeloggt. Steht der Kanabral mit, dass er die Ausrüstung hat. Die werden immer gripiert, oder? Überlebt sie mal. Du opferst uns. Ja. Ich opfer niemanden. Du Opfer. Schnauze, Schatze. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Also, die Shaki ist das größte Opferkind, das es gibt. Sie sitzt oft hinten im Wohnzimmer. Und wenn ich mit euch rede, tut sie dir jetzt irgendwas hinten reinreden. Für sich selber, was eh niemand hört. Du brauchst deine Tür im Raum. Na. In deinem Kleidem. Er ist der Schrank. In seinem Raum. Das Castl. Boah, ich hab's wieder 1200 Dollar, was soll ich machen mit dem ganzen Geld? Ich hab's noch so auf die Eier. Wer denn? Aha. Wer denn? Ich hab's nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Du Arschloch, du. Ich hab's noch ruhig mit bereit drücken. Danke, Norbert. Du Bonn, du musst nur bereit drücken, Dominik. Ja. Ich bin gut zum Klo. Jetzt. Geh scheißen. Lieben wir. Okay. Wir haben wieder Punkt 3. Lassen sie einen Geist durch Salz wandern. Gibt's ihm nicht der Salz? Erst nehmen wir's gleich, beides. Einer, du, einer, eins du, eins ich, okay? So. Alex. Ah. Nimm auch du. Nimm du das zweite Salz. Nimm du. Nimm du. Nimm du. Walla, nimm du. Der Indu. Nimm du. Lieben wir. Wirklich. Bist du eigentlich, dass ich am heißen sitzen nicht dazu hören kann? Ja, und? Was soll ich das machen? Wollt ihr mir eigentlich zuhören wie ich Puller? Und einen kleinen Pullermann. Der reicht. Für dich reicht, Alex. Du hast letztens noch der Orgasmen gekriegt. Bei einem Stich. Aber auch nur weil er von einem schwarzen Trainert hat. Ist ja wurscht. Mein Pullo-Mann hat gereicht scheinbar. Ich bin einmal zugestochen und die Sharky ist schwanger worden. Der Schwarze. Vielleicht hat's auch vom Postler drum. Das werd ich dann eh sehen, wenn das Baby auf einmal nicht mehr weiß ist. Kommt schon mit der gelben Uniform zur Welt. So, alle da? Ja, sofort. Ich bin noch kurz im Bader-Simmer. Leslie Johnson. Wie sagen wir jetzt den Hund oder was? Nicht Leslie, Leslie. Das ist das selbe. Das ist wirklich dasselbe. Vor allem Alex und Alexa und sowieso alles das gleiche. So, Kinder, ich bin jetzt ready, wenn ich mich hier gerade meine Ruhe mit Gedenk ins Teefelsüttel. Ja, die E-Mail, kannst du dir noch fertig schreiben? Bitte. Ich hör. Ich hör aber nicht mehr an die Tasten tippen. Ich hör aber nicht mehr an die Tasten tippen. Passt, danke. Und schraub halt rein. Mit volllichen Grüßen, du Hurensohn. Du Hurensohn. Perfekt. Perfekt. Du Hurensohn. Perfekt. Leslie Johnson. Okay, das ist ganz oben verschwunden. Durchschnittliche Geisteszustand von 25%. Ich hab mich ja geimpft. Den hat Dominik jetzt schon. Ihr macht alle die WCTchen schon die ganze Zeit wieder. Du, dann streu halt Salz in die Wunde. Salz brauchen wir übrigens auch. Ich hab noch ein bisschen viel lachen. Wer denn? Du, Alter. Warum? Ja, weißt du nicht nach? Ja, ich hab halt ein paar Schmerzen. Was ist mit dir? Dann kannst du ja trotzdem lachen, Alter. Na, weil du jetzt weh tut. Achso, dann bin ich gerade zum Lachen in den Keller gegangen. Alter. Du warst aber nicht der einzige, was den Macher hat denn. Also, da war das jetzt krass Zeit verzögert, oder? Was denn? Ich bin vorhin daher gegangen. Habe die Fernbedienung gedrückt. Bin weggangen, war schon beim Reppenaufgang. Und dann ist der Fernseher angegangen. Wenn ich jetzt nicht rum einschalten habe. Ah, okay. Was ist passiert? Boah, die Geschichte. Na wirklich, Alter. Was? Das war doch so ein Luchze. Ich bin fasziniert von dir, was soll. David, ich weiß nicht wieso, aber mir kommt zuvor, als würde ich dich ein bisschen verraschen. Wer? Der Klavierspin in der Homogast. Was? 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 Alle suchen. Alle suchen Geistern oder Norbert, oder der spielt auf seinem Zoom-Feeder. Da kann man nicht mal an meiner Endline spielen auf dem Klavier, das ist für ein Arsch, oder? Alle rennen aus dem brennenden Haus. Nur Klaus, der schaut raus. Oh. Alle warten ängstlich im Busch. Nur nicht Alex, der jagt die Kampbusch. Jetzt überlegen müssen wir da, oder? Oh, du hast ihn gelassen, oder? Ich hab grad überlegt. Und shit schießt, dass ihm das nichts einfällt, oder? Äh, äh, äh. Äh, das tut so wie ich heute Morgen so weinen, glaub ich. Gehst du morgen hin? Schimmen. So, ich dachte, du gehst morgen zum Zahnarzt. Ja, weiß ich noch nicht, wann der Zahnarzt mir einen Termin gibt. Oder? Nicht da, ich schau da, wenn der Geister war, aber... Entschuldigung. Ich möchte nämlich morgen Schimmen gehen, wenn der Geister, also, wieso, sag ich schon, wenn der Geister oder... Wenn der Zahnarzt mir keinen orlichen Termin gibt. Geister, keine Weisel. Strom ist aus. Dann rast ich aber aus, oder? Hä? Der Strom ist aus, dann rast ich aus. Ich seh nix. Der macht die Augen aus. Norbert, kannst du in den Keller gehen? Kannst du in den Raum gehen, wo ich grad? Kannst du in den Keller gehen, den Strom einschalten, Norbert, wenn du schon unten bist bitte? Norbert? Ja. Bist du in den Keller gehen? Er ist halt ein Verwandter. Ist ja naheliegend, oder? Gefritzl. Oben habe ich zwei... Oben zwei EMF. Bist du hier? Bist du hier? Ich hab den Geisterraum gefunden. Ganz hinten dort, Alex. EMF 5 haben wir auch. EMF 5 ist jetzt erster Beweis, oder? Ja. Und... Der Knochen. Ja genau, der Knochen ist auch dort und der Geist war kurz auf sichtbar. Aber leider hab ich halt keine Kamera mitgehabt. Der war kurz auf sichtbar, aber... Waschbecken auch bitte fotografieren, wenn der oben sitzt. Und... Entschuldigung, Geister... Er hat auch über die Geisterbox gesprochen. Wir haben noch... Geisterbox... Und... EMF 5. Hmmmm... Oder? Was? Was wär das das? Wie du aufgedachter Geist, oder? Irgendwo hat ein Handy vibriert. Irgendwo hat ein... Achso, das... Wir müssen echt andere Charakter haben. Wieso? Jetzt darfst du doch nicht. Ich nehm auch nachher einen anderen. Da am Nachtkästen liegt ein Handy. Aber... So... Fußabzug? Kann man ausschließen? Weil der Spirit kam nicht durch... Oder war das ein Gespenst? Genau. Ähm... Ein Gespenst ist es nicht. Das heißt, es sind entweder Zwillinge... Oder Spirits. Das heißt, entweder Geisterbuch... Oder die vier Temperatur. Nur die vier Temperaturen hatte ich nicht. Aber... Natürlich kann man es noch nicht ausschließen. Ich nehme das Geisterbuch mit. Ich nehme das Geisterbuch mal mit, oder? Mhm. Woher, da wirst du das gemacht? Was geht? Radio. Oh shit, dann jagst er. Ich glaube er jagt. Hast du was gemacht? Ich dachte, der Norbert hat die Tür zugesperrt. Fuck. Also wir können jetzt nicht rein, oder? Können wir nicht. Ich dachte, Norbert hat die Tür zugesperrt. Norbert, kommen wir rein? Nein. Norbert? Er wird gejagt, Alex. Norbert? Weißt du, wer dich opfen will Norbert? Okay, hat den gekriegt. Echt? Hallo? Nein, hat er nicht. Krass. Wenn sie jagt, werde ich nichts reden. Warum? Ist der Strom aus? Nein, Strom ist nicht los, okay. Nein, kann nicht sein, wenn der Radio geht. Stimmt, logisch. Aber wo ist der? Ist der oben? Ja, ist der. Natürlich ist er oben. Wer jetzt? Der Radio. Der Radio. Ich glaube wir haben die Temperaturen gejagt. Oh. Wer sitzt aus auf einmal? Wer ist das? 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 Wer ist da kurz sichtbar gewesen, alles klar. Aber sehr aktiv. Aber Alex ist wieder sich verstecken. Nein, ich hole mal was neues. Was macht denn das keiner? Weißt du, er geht ohne nichts rein? Oder ich habe gerade die Kamera hingestellt. Jetzt habe ich ihn dort sein. Wozu brauchen wir eine... Wozu? Wir haben doch schon zwei Beweise. Wir brauchen entweder gefrierte Temperaturen oder Geisterbruch. Ach so, dann habe ich mich verlesen. Gespenst kann es nicht sein, habe ich doch schon gesagt. Warum kann es kein Gespenst sein? Weil Gespenst keiner Fußabdrücke hinterlässt. Und wir haben Fußabdrücke. Wir brauchen eine Beweise. Ist das sogar eine Bedingung. Wir haben gefrierte Temperaturen. Wir haben alle Beweise. Ups. Das sind Zwillinge. Und wir haben alle Aufgaben erfüllt. Ich bin super. Alter, du hast gar nichts gemacht, Alter. Freut, ne? Na, ist so. Diese harte Kritik. Habe ich nicht verdient. Ich wünsch dir einmal, dass Alex etwas machen würde fürs Team, Alter. Stößt ihr, ihr seid beide draußen gestanden, während er gejagt hat. Ich soll aber nicht frei bleiben, gell. Schnucki. Ich habe überlebt. Du bist einmal gejagt worden, bist du, Alter. Wirklich, äh... Na, 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 na. Na, na... Na, na. Na, na. 310 Dollar? Lieb ich. Jaa... Ich auch. Das ist noch was Anderes. weit rumspielen eine runde mit dir ist jede runde das war aber aufgelegt oder jetzt beide scheißen weiter plötzlich ist der dritte versteckt es war nur zwei charaktere und der schweiz bewegungssensor und bei dem schwieriges grad sehen wir auch gar nicht oder geist ist oder sturm helen alexander helen alexander heißt ja ich habe extra für albtraum ein kleineres ausgenommen noch ein gefunden nicht direkt am anfang gleich schon drinnen und warst du gesen rechts hinten hat er die tür bewegt der geist also rechts ganz hinten oben jetzt kabel wenn der geist jemanden tötet jagt er weiter das war da wo er mal ein dribble kill macht man genau ja norbert gehört perfekt effekt kann natürlich dann wenigstens auch holen warum ist übrigens an nice warum hast du kein foto gemacht vom und der hat den bewegungssensor der verplaziert oder ich von wo sollte ich das foto machen von dem knochen da ich bin reingegangen und bin rauf gekommen eigentlich unnötig oh ah die sind aber nicht dir meinen kaffee da gelassen war gerade bei einer garage ja ja ich wie würdest das eh sehen wenn du die aufgabe erledigt hättest alex fußabdruck ja der geist ist ihm durch salz gewandert soja aber ich habe ja jetzt audiosensoren hingestellt wo ist der fußabdruck erneut ah was der ist im vorraum ja hier foto habe ich schon gemacht wo bist du bist du hier also temperatur ist aber bacherl warm hier wo bist du was machst du was für sachen machen da hat alex dich eingesperrt wo bist du da war gar nicht nur ein radio da war gar nicht nur ein radio ich glaube in dem zimmer da gegenüber hast du ihn gerade gemacht hast du ihn gerade gemacht noch alt ja oida 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 weißt du mit dem muss man mal was jagen da macht er alles zunichte da macht er überhaupt keinen brocken stimmt eh nur weißt du sammelt ihr keine beweise oder macht immer nur halligalli oder und den nehmen wir mit weißt der ist jetzt durchgegangen durch den bewegungssensor im vorzimmer irgendwo alex übrigens ihr müsst den fingerabdrücksensor regelmäßig kontrollieren die fingerabdrücke verschwinden wenn der geist irgendwas macht zum beispiel mit schlaft zu finden die fingerabdrücke auf den schwierigkeitsgrad meister hm danke meister hm danke meister hm 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 holsten hm u hm 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 Er schlägt den Boys Bedroom an. So, wo bist du denn, du kleines Geiste Geiste? Alex, der jetzt wo ich weg war, oder? Ganz hinten rechts schlägt er aber nur ganz leicht, nur 6% schlägt er an. Wo ist er denn? Geisti 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 Er hat nur zwei Beverser hier. Bitte? Der Geist macht nur zwei Beweise auf dem Schwierigkeitsgrad. Okay. Boah. Okay. Was war? Es ist okay. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich bin's, deine Modi. Hallo, Modi. Norbert? Hä? Komm her! Ich hab grad Norbert abgeschlachtet und nicht, dass du dich wunderst, Alex. Und jetzt chillt seine Eicheln nicht nur draußen. Ich glaub der Fritzel ist 90% von der Zeit draußen. Und da ist's. So ein Schießleiser. Es ist ein Schießleiser. Hier ist dann die. wirklich kam ich werfe nach alex mit dem teekessel und ich glaube ob du warst das ja und ich schieße zweit einmal sag hier hast du tee auf einmal der geist krass kann keine sanity pill nehmen gut ich glaube wir sind eh noch nicht so weit unten wir sind sicher schon überdunten haben wir noch gar nichts mal dort hat er die tüte Hast du das schon gemacht? Ja, ich. Oh, ist er die Tür zu? Spannender. Nur wenn er kommt, probier ich es raus schlafen noch. ... 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